Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Griefer Games Video. Heute soll es mal darum gehen und um den Abge-Livestream gehen, der vor, ich glaube jetzt, vor ein paar Stunden geendet hat, ist es jetzt gerade abends, wenn ich das Video aufnehme. Und zwar Leute, ich war die ganze Zeit im Livestream dabei und da ist mir erstmal wieder aufgefallen, wie viele Leute rein donatet haben, um einfach irgendwie einen Vorteil zu haben oder von Abge eine Plotbewertung zu bekommen. Äh, das war für mich wirklich teilweise gefühlt jede Sekunde irgendwie so ein 10-Euro-Donate, kannst du bei dem und dem Plot vorbeischauen, kannst du mir was geben. Wo ich mir so denke, hä? War der Stream nicht eigentlich dazu da, um die neuen Spawnplots zu vergeben oder um die Spawnplots, die noch frei sind, Leute? Darauf werde ich jetzt auch nochmal später eingehen und ich werde jetzt aber, wir machen das Video ein bisschen aufgeteilt. Ich werde jetzt erstmal darauf eingehen, dass die Leute so egal haben, dann werde ich auf diese Verteilung mit den Spawnplots eingehen und dann werde ich noch auf, ähm, diesen Duplizierer eingehen, der im Stream da war und dann nochmal auf die ganzen Nachfolgen, wo dann später Abge auf mein Trainier gegangen ist. Und zwar, man hat ja gemerkt, dass die Leute auch eine Menge donatet haben, 10 Euro, haben auch, ähm, viele haben sich auch während des Streams Mitglied dran geholt, ähm, währenddessen wurden natürlich auch nebenbei die Spawnplots verteilt, aber jedes Mal in jeder Donation war gefühlt ein 100 Meter langer Text, kannst du jetzt da und da vorbeikommen, äh, mir was donaten, wo ich mir so denke, Brudi, du donatest jetzt lieber 10 Euro, anstatt dir irgendwie für die 10 Euro, ich sag mal, jetzt lieber zu sparen und lieber bei Griefer Games ein bisschen zu spielen, wo ich, äh, warum? Warum donatet man bei Abge rein, um jetzt ein Vorteil zu haben? Eigentlich darf man, darf das ja nicht sein, aber wenn da jetzt so eine 20 Euro Donation kommt, kann ja nicht Abge sagen, äh, nein, wir gehen jetzt nicht zu deinem Plot, machen wir nicht, ja? Ähm, weil wenn man so immer Stream-Plot und Donations man es bekommt, denkt man sich so, ja, ist halt Geld. Das ist immer das Problem an der ganzen Sache. Naja, okay, dann gehen wir jetzt auf den Teil ein, wie die Spawn-Plots verlust wurden. Und zwar ist es mir schon so gekommen, wie ich es mir gedacht habe, Leute, und zwar wurden die Spawn-Plots ja nacheinander ausgegeben. Die sind auf die City-Bits durchgegangen, jeder, der einen Spawn-Boot-Gutschein hatte für der erste, zweite und ich glaube auch dritte Reihe, ähm, hat dann im Prinzip, wenn er zuerst da war, ich weiß gar nicht, wie die das ausgelustet haben, muss ich erstmal gucken, ähm, haben die auf jeden Fall, ähm, das Spawn-Plot dann überschrieben bekommen. Das hat, ich weiß gar nicht, wer da noch mit im Stream war, ähm, Abgabe hat auf jeden Fall bei manchen die Spawn-Plots nicht überschrieben, das war noch irgendein Developer oder irgendein Freund, der das für ihn nebenbei gemacht hat, der auch mit dem Stream gequatscht. Auf jeden Fall war es mir schon wieder so, wie ich es mir gedacht habe. Viele reichere Spieler haben sich einfach unzählige Spawn-Plot-Gutscheine gekauft gehabt, haben sich die nebeneinander geholt und der normale Spieler hatte gefühlt wieder nichts davon. Wo ich mir so denke, Digga, die reichen Spieler sind doch sowieso schon reich. Es gibt Leute, die haben 30 Millionen auf dem Konto, haben, haben schon 5 Spawn-Plots am ersten Reihe, ja. Da musst du denen nicht auch noch die anderen in den Rachen schieben. Nach meiner Meinung hätte man die einfach nur verlosen sollen im Chat, im, oder, ähm, 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 in-game, in-game. Oder man hätte es so gemacht, dass man die Spawn-Plots vielleicht ausgeschrieben hätte, wieder mit so einem Bau-Wettbewerb, äh, Bau-Wettbewerb hätte man gesagt, so, den und den ersten 10 besten Gamer, den und den Spawn-Plots auf den und den City-Builds und die bauen dann da was Schönes drauf. So hätte ich das gemacht. Natürlich hätten diese Leute auch wieder die Möglichkeit gehabt, denn ihre Spawn-Plots zu verkaufen. Ähm, viele hätten es wahrscheinlich auch getan, weil sie große Summen dafür geboten hätten, aber, was ich damit eigentlich sagen würde, dass im Prinzip Leute, haben sich den Spawn-Plot-Gutschein gekauft, reiche Leute, und haben den, den Spawn-Plot überschrieben bekommen, haben vielleicht für den Spawn-Plot-Gutschein, ich sag mal, eine Million bezahlt und das Plot wurde in 2 Millionen wert, ja. Im Endeffekt wurde damit nur mal wieder den reicheren Spielern geholfen und nicht, ich sag mal, klein mit der Schicht von Glyphor Games, die jetzt 2.000 bis 300.000 besitzen und nicht wirklich allzu viel haben, die ihr kleines 4er-Merch oder 25er-Merch haben. Und da ihr ein paar Last drauf haben mit, keine Ahnung, mit ihren paar Stacks Beacons, aber nicht wirklich jetzt, ich sag mal, so reich sind, dass sie sich erste Reihe leisten können. So, als nächster Punkt ist mir dann, war ja dann im Stream später, hat auch jemand ein Spawn-Plot bekommen und der hatte dann, hat dann da Schilder drauf geschrieben und hat eine Kiste gemacht, dass der, dass er duplizieren kann und das mal in der Kiste schauen soll. Der Typ wurde dann auch erstmal gewandt, aber Leute, der konnte wirklich duplizieren. Da waren 3 Stacks Spawner drin, 1 Stack End-Porteilrahmen und noch unzählige Stacks Creeper-Eier und ich glaub, auch noch ein paar andere Dinge. Da hab ich mir gedacht, Leute, wie kann das sein? Ich dachte, Glyphor Games hat keine Duplizierungs-Packs mehr. Und es muss ja ein Duplizierungs-Packs sein, der recht gut funktioniert, weil sonst hätte er ja nicht so viel duplizieren können. Ich mein, wer ist so dumm, jetzt sagen wir mal, er hätte nicht dupliziert, denn hätte er für mehrere zig Millionen diese ganzen Sachen kaufen müssen, dahin platzieren müssen, sich Bann hätte lassen müssen und die Sachen wären weg gewesen. Er hätte ja nicht zurückerstattet bekommen. Also ich glaub wirklich schon, dass der Typ duplizieren konnte. Ich frag mich an der ersten Stelle, wie Leute, weil in letzter Zeit, es gibt zwar immer mal wieder Lacks auf Glyphor Games, aber mir ist in letzter Zeit keine Fehlfunktionen bei irgendwelchen Plagnen bekannt, die das erlaubt. Ihr könnt mir gerne mal dazu eure Meinung unten in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, womit dupliziert wurde. Und als nächstes gehe ich jetzt mal noch auf den Schluss vom Streamline und zwar war es ja so, dass abgedehnt zum Schluss auf Maitania gegangen ist, auf seinen Adventure-Server, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hab ihn am Anfang auch drauf gespielt, mittlerweile nicht mehr, weil ich es irgendwie doof fand, weil am Anfang auch Probleme waren und dann später sein Spielstand zurückgesetzt wurde. Fand ich auch irgendwie ein bisschen behindert. Aber ich glaub, so wie ich es verstanden hab, wurde die Storyline jetzt komplett erweitert mit verschiedenen Bossen, neuen Dungeons, finde ich auch gut. Aber am Ende war dann abge... Bei Glyphor Games 2 hatte er so 1500 Zuschauer, wenn ich mich nicht täusche. Und dann später bei Maitania nur noch gerade mal so 100. Wo man schon wieder merkt, die Leute interessieren sich eigentlich gar nicht für ihn, sondern für das, was sie denn bekommen können bei Glyphor Games. Die interessieren sich gar nicht für Abgel, die interessieren sich mehr für Maitania. Ist aber auch selbstverständlich. Ich bin... Hab den später auch abgeschaltet, wo der 10 Minuten auf Maitania war, Leute. Was ich persönlich sagen muss, ich find's im Stream erstens immer kacke, dass man da nur rein donatet oder irgendwas mit Geld macht, um die Sachen selber zu bekommen. Erfarm's ja lieber ehrlich. Bringt am Ende sowieso mehr. Das abge auch mal wieder... Ich sag mal, das mit dem Spamloat-Guscheln ist ja gut und schön, aber es hat im Prinzip wieder nur die reichen Spieler bevor... bevor mundet. Und als nächstes, dass jemand duplizieren kann, hab ich mich gefragt, wie es geht. Das sind einige Dinge, die mich stören. Ich hoffe, die werden noch geändert. Also den ersten Punkt kann man ja nicht ändern, weil das ist ja von den Leuten abhängig. Da müssten sich wirklich die Leute dahinter ändern. Aber die erst, die anderen, den zweiten und dritten Punkt kann man auf jeden Fall ändern. Gut, Leute. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video dazu gefallen. Ich hab euch meine Meinung dazu gesagt. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Abo, Like da lassen. Bis zum nächsten Mal. Tschaui.